Hier präsentieren wir die 5 beste Einbauherd-Test. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Start Nummer 5. Gurenje Einbau Backofensee Jump Seed. Der Einbauherd von Gurenje ist ähnlich autark, misst 54,759,759,5 cm und fällt in die Energieklasse A ein. Ein Einbauherd mit Glas-Keramik-Induktionskochfeld wird zu einem günstigen Preis angeboten. Dennoch ist die Reinigung des Induktionskochfeldes einfach und schnell. Die Supreme Beschichtung sowie die Aqua Clean Funktion sind dabei von Vorteil. Die faszinierende Vorkoch-Funktion schaltet zunächst die volle Leistung des Kochfeldes ein. Sobald die Zieltemperatur erreicht ist, schaltet sie jedoch automatisch auf die angegebene Stufe zurück. Nummer 4. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Halbzeit unserer Liste Nummer 3. Siemens EQ211K00 IQ300 Herd Kochfeld Kombination Der Siemens Einbauherr der Energieklasse A hat ein Fassungsvermögen von 71 Litern und die Masse 65 x 75 x 77 cm. Da das Kochfeld aus Glas-Keramik besteht, ist es in vielen Küchen ein Klassiker und beliebt. Das Multitalent bietet außerdem Funktionen wie die Schnellaufheizung, mit der der Backofen in nur 5 Minuten 175 Grad erreicht. Dank der revolutionären Wärmeverteilung durch 3D-Heißluft können alle Arten von Speisen zubereitet werden. Der Backofen bietet auch eine Pizza-Option, mit der Tiefkühlgerichte durch die zusätzliche Unterhitze gleichmäßiger gebacken werden. Nummer 2. Bosch Backofen Säbt bestehend aus 3D-Backofen und Gaskochfeld, autark 60 cm. Trotz des höheren Preises ist dieser ein Bauherr von Bosch ein echter Hingucker, denn er besticht durch sein attraktives dunkles Design, das stets elegante Gaskochfeld und die eigenständigen, unabhängig voneinander installierbaren Elemente. Der Backofen hat ein Volumen von 71 Litern, die Energieeffizienzklasse A und die Produktabmessungen von 59,5, 59,4, 54,8 cm. Besondere Merkmale sind die Kindersicherung, der Teleskopauszug, der Verbrennungen reduziert und die automatische Selbstreinigung EcoClean. Darüber hinaus ist das Gaskochfeld mit einer Zündsicherung ausgestattet, die verhindert, dass das Gas nach dem Erlöschen der Flamme weiter strömt. Und die Nummer 1 unserer Liste. Grenier Einbauherr Z-Stil Säbt II. Der freistehende Einbauherr von Exquisite zeichnet sich durch sein schönes Edelstahldesign und ein rahmenloses Kochfeld aus und verfügt über eine Vielzahl praktischer Funktionen. Dieser Einbauherr verfügt über eine Zeitschaltuhr und eine Touch-Control-Funktion, hat eine Backofengröße von 59,5, 59,57,5 cm, eine Kochfeldgröße von 5,859,52 cm und ein Fassungsvermögen von 58 Litern. Außerdem bietet er 9 Multifunktions-Backofen-Einstellungen, darunter eine Pizzastufe, eine Auftauschstufe und eine Grillstufe. Außerdem verfügt sie über eine Restwärmeanzeige, eine Topferkennung, die Induktionsplatte wird nur warm, wenn ein Topf darauf steht und eine Abschaltautomatik, die hilft, Küchenbrände zu vermeiden. Danke fürs Zuschauen! Abonnieren unseren YouTube-Kanal!